Hier sind die drei seltensten Hunderassen der Welt. Der letzte wird sie schockieren. Nummer 3 ist der Bedlington Terrier. Schauen Sie sich das Ding einfach an. Er sieht buchstäblich wie ein Außerirdischer aus. Mit seinem einzigartigen, birnenförmigen Kopf, dem gewölbten Rücken und dem lammfrommen, lockigen Fell ist der Bedlington Terrier eine der einzigartigsten Hunderassen. Nummer 2 ist der Kommondor. Der Kommondor ist eine wirklich einzigartige und bemerkenswerte Rasse, die man sofort an ihrem außergewöhnlichen Fell erkennt, das aus langem, gekräuseltem Fell besteht, das dichte, seilartige Quasten bildet. Der Kommondor stammt ursprünglich aus Ungarn, wo er seit Jahrhunderten Herden bewacht. Und sein Aussehen spiegelt seine Anpassung an die rauen Bedingungen seiner Heimat wider. Bevor wir den letzten Hund verraten, folgen Sie uns und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, über welchen Hund wir als nächstes ein Video machen sollen. Nummer 1 ist der Katzenhund, auch bekannt als Mong-Hund.